ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zum heutigen technischen marktupdate den risikonweis gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich eine handelsempfehlung ausspreche geht direkt los wir gehen rüber in die xstation und heute fangen wir mal mit dem dax future an und zwar ist der leitindex jetzt in eine wichtige unterstützungszone eingetaucht die wird folgendermaßen definiert 15.891 bis 15.816 punkte da gab es in den vergangenen wochen viel aktivität beziehungsweise haben da die käufer immer wieder zugegriffen und dieser bereich muss jetzt eben erneut verteidigt werden sollte das nicht möglich sein dann könnte es schnell zum ausbruchsniveau gehen bei 15.698 top bildung der bruch und daneben die erfolgreiche verteidigung und dann wird es dann möglicherweise auch deutlich ungemütlicher weil da gibt es dann erst wieder unter unterstützung am zwischenhoch bei 15.463 punkten wir gehen rüber zum nasdaq und da hat der index kurzfristig wieder nach oben gedreht und konnte sich jetzt über dem august hoch etablieren und das bietet die chance auf einen zweiten ausbruchs versuch erwähnen uns daran zu beginn der woche hatte man ja zwar ein neues jahres hoch gesehen aber der bruch war eben nicht nachhaltig also zweite chance für den nasdaq und beim euro dollar sehen wir einen rückgang auf ein zwei monatstief und jetzt steuert das paar auch auf die psychologische 1 7er marke zu da gab es auch viele rührungspunkte in der vergangenheit also mal schauen ob es hier zu einem test kommt wenn der bereich nicht halten sollte dann sehe ich das paar durchaus noch mal in den bereich von 105 eine positive überraschung wäre wenn sich das paar empfangen kann und dieses ausbruchsniveau bei 107 57 zurückerobern kann das würde die lage zumindest technisch gesehen kurzfristig etwas entschärfen der goldpreis steuert auf das vor wochen tief zu und wenn der bereich nicht halten sollte dann haben wir eben hier eine ganze reihe an tiefs die beginnen ab 1.949 dollar auch hier positive überraschung wäre wenn der preis ähnlich wie in der vorwoche über die 1.969 dollar zurückkehrt davon sind wir aktuell weit entfernt weil welches jetzt das wahrscheinlich szenario ist das bespreche ich auch unter anderem in meinem video von heute morgen schaut auf jeden fall mal rein den link gibt es unten in der beschreibung und da werden natürlich auch die anderen märkte nochmals detaillierter analysiert und da werden eben auch trading ideen präsentiert wir gehen aber noch mal rüber zum wti die öl sorte durchbricht jetzt die widerstandslinie bei knapp 74 dollar wichtiger bereich gewesen das ist das zwischen tief gewesen dann der bruch zwei annäherungsversuche und jetzt den versuch hier oben auszubrechen das heißt der preis muss sich darüber etablieren und dann könnte der nächste widerstand anvisiert werden 76 71 oder es gibt noch mal einen retest von der 71 66 marke der bitcoin unterschreitet die untere grenze unserer definierten seitwärts range wir hatten ja hier eine seitwärtsphase oder viel bewegung zwischen 27.600 dollar und 26.630 dollar und der markt scheint jetzt erstmal hier nach unten ja durchzubrechen und das bedeutet dass vielleicht das ausbruchsniveau bei 25.200 dollar getestet werden könnte und dann könnte es sogar in richtung 22.000 dollar gehen wir wissen aber in den vergangenen zwei wochen entpuppte sich das eben ja immer wieder als fehlausbruch also auch hier sollte man eben vor allem auf die wochenschlusskurse achten lasst gerne einen daumen da wenn euch das ganze gefallen hat viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal